Hallo und herzlich willkommen zur 169. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel. In dieser Folge haben wir Dr. Sven Hildebrandt, der als Executive Director Business Development and Strategic Partnerships bei der Börse Stuttgart arbeitet, zu Gast. Gemeinsam mit Sven sprechen wir über einen bunten Strauß an Themen. Diese versuchen wir dabei anhand des geplanten BlackRock ETFs zu beleuchten. Dabei gehen wir der Frage nach, ob es für Nicht-Retail-Investoren zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits möglich ist, in Bitcoin zu sparen und wie er vor diesem Hintergrund zu den EU-Regularien steht. Neben Chancen und Risiken des ETFs sprechen wir auch darüber, wie wir Bitcoin auf politischer Ebene voranbringen können, weshalb die EU-Regulatorik die EU in eine Vorreiterrolle bringen könnte und was in diesem Kontext seine Traumvorstellung für Bitcoin innerhalb der nächsten 5 Jahre ist. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche an Sohn des Agentarius, unseren dieswöchigen Top-Booster. Starker Name, wie ich finde. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Ja, da kommt nämlich unser zweiter Unterstützer ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren hardworded Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichenden Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware-Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code btcverstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Hallo Sven, herzlich willkommen zu uns zurück, also nicht zurück im Podcast, das ist ja ein erster Auftritt. Ja, und es freut uns wirklich sehr, dass du die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Hallo. Ja, wir haben glaube ich heute ein paar spannende Themen und wir freuen uns sehr, mit dir darüber zu sprechen. Aber bevor wir einsteigen, worüber wir genau sprechen möchten, es soll ja ein bisschen heute über das Thema ITF, Regulatorik, Politik, Bitcoin etc. gehen. Da kennst du dich ja sehr, sehr gut aus, weil du in der Praxis ja auch gut unterwegs bist. Willst du mal allen ein bisschen was über dich erzählen? Was machst du und wie beschäftigst du dich auch gerade mit dem Thema Bitcoin? Ja, gerne, Jonas. Ja, also offiziell schimpfe ich mich Executive Director Business Development und Strategic Partnerships für die Börse Stuttgart. Das heißt, meine Visitenkarte, die hat so einen kleinen Aufklappmechanismus, solange es da draufsteht. Genau, und was mache ich da? Ich bewege mich so ein bisschen an der Intersektion zwischen Produktentwicklung, also wie muss die Börse Stuttgart Digital, also alles das, was bei uns in den digitalen Einheiten läuft, weiterentwickelt werden, damit sie besonders gut passen für speziell institutionelle Investoren. Und gleichzeitig bin ich halt dafür zuständig, bei den ganzen etwas schwierigeren regulatorischen Themen dann in enger Zusammenarbeit mit unseren Regulatory Experten zu beraten, wenn es halt um technische Themen geht, Mining geht. Denn da sehen wir jetzt auch im Rahmen der Mika-Regulierung ja einiges auf uns zukommen. Und in dem Themenfeld bewege ich mich für die Börse Stuttgart Digital und hoffe, die Adoption ein bisschen vorantreiben zu können. Gleichzeitig bin ich ein krasser Überzeugungstäter. Also ich mache das halt nicht nur beruflich, sondern ich bin auch privat unterwegs und druck dann irgendwelche Buttons, wo irgendwie Bitcoin does not discriminate draufsteht oder kümmere mich darum, dass der Kioskbetreiber bei mir in der Straße Lightning-Zahlung akzeptiert. Ich mache also neben den normalen Börse Stuttgart Sachen noch einen ganzen Haufen anderen Kram für die Adoption von Bitcoin. Ja, großartig freut uns umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Jonas hat ja gesagt, wir haben einen bunten Strauß an Themen, über die wir mit dir sprechen wollen. Fangen wir mal an mit dem, ja, mit dem Elefant im Raum, mit dem Blackrock ETF. Bevor wir aber zu dem ETF selbst kommen, vielleicht mal vorneweg die Frage, weil du dich ja, ja, wie du gesagt hast, intensiv damit befasst. Können denn, ich sag mal, Investoren, die nicht Retail-Investoren sind, können die Stand jetzt, bevor es diesen ETF gibt, überhaupt in Bitcoin investieren oder ist das überhaupt nicht möglich? Ja, das können sie und das machen sie auch schon. Da gibt es eine schöne Geschichte zu, das können sie nämlich erst seit einer Gesetzesänderung, die vor kurzem, das ist glaube ich so anderthalb Jahre her, vor anderthalb Jahren gab es eine Gesetzesänderung, das sogenannte 282er und 284er Spezialfonds gemäß KAGB, also das KAGB ist das Kapitalanlagegesetzbuch. Dass da erlaubt wird, dass die einen gewissen Prozentsatz und zwar bis zu 100 Prozent, je nachdem welche Fondhülle du wählst, in Kryptowerte investieren können. Das Ganze macht mir deshalb so ganz besonders viel Spaß, weil speziell dieses Investmentfond-Thema mich halt vor meiner Zeit bei der Börse Stuttgart begleitet hat. Da habe ich bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft gearbeitet, der Hansa Invest, das ist ein Tochterunternehmen der Signal Iduna Gruppe. Und die Hansa Invest war dann auch, also mein Ex-Unternehmen war dann die erste Kapitalverwaltungsgesellschaft in Deutschland, die einen Fond von einer lizenzierten KVG, da gibt es auch ein bisschen Unterschiede zwischen lizenziert und registriert, aber ich glaube, das würde jetzt hier in der regulatorischen Finesse irgendwie zu tief gehen, das zu erklären. Also in der Tat die erste Kapitalverwaltungsgesellschaft, die in einer lizenzierten Form einen solchen Investmentfond aufgelegt hat. Da durfte ich auch mit begleiten und ein bisschen relativ live das Gesetz auch mit gestalten. Und das war natürlich super, also das war super cool gewesen, weil damit schreibt man halt, damit schreibt man halt ein kleines bisschen Geschichte, ja. Und das, das macht mir halt auch persönlich einfach Spaß. Also ja, es geht. Das heißt also, um das mal runterzubrechen, ich stelle mir jetzt auch so einen Rentenfonds vor oder irgendwie eine andere Möglichkeit, wo man Geld anlegt. Es sind ja Versicherungen zum Beispiel. Die können derzeit in Deutschland das schon machen oder nicht? Die nicht. Die nicht? Okay. Nee, die nicht, weil du unterscheiden musst zwischen, habe ich einen regulierten Fond? Das ist das eine. Also ich kann auf Fond-Ebene reguliert sein. Ich kann aber auch auf Anleger-Ebene reguliert sein, ja. Und gewisse Anlageregularien widersprechen der Investition in beispielsweise hochwondertile Anlageklassen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast immer zwei unterschiedliche Regulierungskonstrukte sozusagen und du musst dir beide angucken. Und erst wenn beide übereinander passen, dann wird halt ein Deal draus, ja. Vielleicht mal ganz abstrakt gefragt, wie stehst du zu dem Blackrock-ETF, der jetzt geplant ist? Oder ist ja nicht nur von Blackrock, haben ja mehrere Vermögensverwalter jetzt interessanterweise in kürzeren Zeitabständen verlauten lassen, dass es jetzt losgehen wird. Wie stehst du da dazu? Ja, großer Ausschrei in der Bitcoin-Community. Ich finde es super. Ja. Ja. Und warum finde ich das super? Und vielleicht auch so ein bisschen, wie bin ich so als Persönlichkeit drauf? Ja. Ich glaube, das ist, ich glaube, das eine und das andere hängt relativ stark damit zusammen. Also ich glaube, dass alles das, was irgendwie zur Adoption von Bitcoin-Beitrag gut für die Welt ist. Ja. Das, was dann häufig von der Bitcoin-Community als Gegenargument gebracht wird, ist so, ja, das sind dann ja aber Paper Bitcoin, ne? Wenn ich irgendwie so einen ETF-Anteil kaufe, ja, dann habe ich quasi nur eine Verbriefung auf den Bitcoin. Ja, das ist richtig. Ja. Jedoch ist es so, dass wenn ich einen ETF mache, der physisch unterlegt ist und ich bin Blackrock, dann muss ich Bitcoin kaufen und auch vernünftig verwagen, ja, ist meine Einschätzung so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Blackrock besser läuft als bei FTX hoch? Ja, ist sie. Ja. Und aus dem Grund ist es so, dass wenn ein Vermögensverwalter wie beispielsweise ein Blackrock oder halt eben auch andere sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen und jetzt mittlerweile dann noch positiv, ne, intensiv mit diesen Themen beschäftigen, ist es as a whole immer gut für die Bitcoin-Adoption. Natürlich auch dann irgendwann gegebenenfalls für den Preis. Natürlich kann ich das nicht voraussehen, ja. Aber wenn man halt davon ausgeht, dass es eine starke Nachfrage und weniger starkes Angebot gibt, dann würde das dazu führen, dass ein Bitcoin-Preis steigt. Wenn es jetzt in Terms of Fiat-Money überhaupt, also wenn du noch in Fiat-Money rechnest, ja, das muss man ja auch mal dazu sagen. So, insofern bin ich ein Fan davon oder finde ich das gut? Ja, ich finde das gut. Werde ich selber Fondanteile davon kaufen? Nein, werde ich nicht, weil ich baue halt das Reale gut dahinter, ja. Und ich glaube, dass es ein, ich glaube, dass dieser ganze Prozess, das ist halt ein Lernprozess, ja. Und ich finde, das ist halt auch was, wo ich die Bitcoin-Community an der einen oder anderen Stelle halt auch ganz gerne mal kritisiere, obwohl ich selber relativ tief drin stecke, ja. Die Leute, die fallen oder viele, viele, viele Menschen beginnen nicht mit einem Bitcoin-Handel, Peer-to-Peer, in Self-Custody-Verwahrung und die kommen halt nicht mit einer Bitbox in der Hand auf die Welt, ja. Das passiert nicht, ja. Sondern das muss halt so Schritt für Schritt für Schritt rangehen und dann lernen die Leute immer mehr, warum es halt sinnvoll ist, bestimmte Dinge so oder so zu machen. Und dann entwickelt sich das sozusagen, dann gibt es eine natürliche Entwicklung. Ja, ich höre die Stimmen schon wieder im Hintergrund, die dann sagen, naja, wir müssen doch aber, bevor wir diesen ETF einführen, das hat ja nur Nachteile, man hält es nicht selbst. Man sollte jeden Menschen alleine wieder ranführen, dass man es wirklich selbst kauft, wie du es auch angesprochen hast, also eine Bitbox hat, eine Hardware Wallet. Auf der anderen Seite denke ich mir, aber schafft man so wirklich eine relativ schnelle Entwicklung, weil so wird es ja wirklich nur einzeln durch so einen Podcast passieren oder durch so Meetups. Und bei einem BlackRock ETF oder ETF allgemein jetzt, wäre das doch wahrscheinlich viel größer und viel schneller. Und da denke ich, die Frage an dich, wer sind denn dann diese Kunden oder welche Zielgruppe hat denn so ein ETF dann überhaupt? Sind es dann, keine Ahnung, meine Eltern? Sind es die Firmen? Oder wer nutzt es dann nach und wirklich in Bitcoin reinzukommen? Da kommt es ein bisschen darauf an, wie der ETF strukturiert ist. Ja, grundsätzlich, aber kann ein ETF, kann erstmal alles und jedes irgendwie kaufen. Also jeder, wenn jetzt BlackRock den ETF auflegt, könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass dieser BlackRock ETF erstmal nur erwerbbar ist, beispielsweise für US-Amerikaner. Das könnte sein, dass es halt auf unterschiedliche Nationalitäten beschränkt ist, aber das ist das ist ja wie so ein Dammbruch. Das trickelt dann so runter, dann hast du es erst da, dann hast du es da, dann hast du es da. Das ist halt genauso wie Bitcoin Adoption. Das ist genau der gleiche Sache halt. Und rein theoretisch kann dann so ein ETF, genauso wie jetzt ja auch schon die vorhandenen ETPs, die es ja auch gibt, die kannst du dir dann ganz einfach über dein Bankdepot in dein Bankdepot reinkaufen, wenn du das denn dann möchtest. Du hast gerade zwei Punkte aufgemacht, da würde ich gerne nochmal ein bisschen nachfassen. Du hast ja FTX angesprochen und das Desaster, das damit einherging. Und du meintest sinngemäß, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du die Gefahr jetzt bei dem BlackRock ETF nicht siehst, weil BlackRock eben ein größeres Renommee hat. Und deshalb salopp und möglicherweise überspitzt gesagt, siehst du da eben nicht das Risiko, dass BlackRock gleich auf gleiche Art und Weise Schindluder treibt, wie es jetzt FTX getan hat. Ja, nicht, nicht habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Okay. Ja, ich habe die, ich habe, oder also ich hoffe, dass, ja, also die nicht wäre falsch. Richtig wäre sie es geringer. Ja, genau. Richtig ist, sie wäre geringer. Okay. Okay. Und den zweiten Punkt, du meintest ja, das ist, also ich gebe es nicht bewusst falsch wieder, so habe ich es jetzt, so habe ich es in Erinnerung, dass es einen Lernprozess anstoßen könnte. Du meintest ja, nicht jeder kommt mit der Bitbox auf die Welt. Ja. Dementsprechend macht nicht jeder automatisch diese Eigenverwahrung, sondern möglicherweise machen es auch viele erstmal in Fremdverwahrung und so weiter und so fort. Als viel erscheinlich erachtest du es, dass dieser Lernprozess tatsächlich so stattfindet oder dass dann doch viele sagen, eigentlich funktioniert es ja ganz gut mit dem ETF. Ich bleibe auf diesem Niveau meiner Lernkurve, sage ich mal, ohne mich dann intensiver damit zu befassen, weil sie einfach nur sehen, okay, die Zahl wird größer gemessen in Euro oder Dollar und damit bin ich happy. Du, da kommt es auf den einzelnen Menschen drauf an, ne? Wie lernwillig die sind, wie wissbegierig, ja? Ich glaube, das so pauschal zu beantworten ist schwer. Aber die dahinterstehende Frage ist doch eigentlich, wenn die Menschen merken, dass der ETF, der dann irgendwie auf Bitcoin abstellt, ja? Dieses Papierchen, was ich da in der Hand habe, ja? Immer weiter steigt, gemessen an anderen Themen, ja? Dann ist ja das, was passieren würde, wenn die Menschen logisch sind, dass sie weiter Fiat-Geld in diesen ETF investieren, damit mehr Bitcoin-Nachfrage besteht und dieser Transfer von Fiat-Geld in Bitcoin stattfindet, ja? Und also mittelbar, ne? Nicht unmittelbar, aber mittelbar. Das ist ja im Grunde genommen, wenn ich mir die Bitcoin-Maximalisten angucke, ja eigentlich das Hauptziel ist, dass wir irgendwann halt komplett umstellen und so weiter, ja? Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Und der eigentliche Effekt wäre ja selbst mittelbar schon gegeben. Wenn Fiat aus dem System raus in den ETF reingeht, der dann als Underlying Bitcoin kauft, dann ist im Grunde genommen der Effekt ja gegeben, ja? Insofern stelle ich mir die Frage, wenn man das jetzt sich mal so schrittweise anguckt, ja? Für den ersten Schritt für mich total in Ordnung, ja? Die Frage ist dann, wie funktioniert der zweite Schritt, wie funktioniert der dritte Schritt und so weiter, ja? Und was gibt es dann vielleicht irgendwann mal an Interventionen von irgendwelchen Stellen, ja? Das sehe ich auch so. Ich sehe das auch so in die Richtung, dass halt immer mehr Menschen dazukommen. Es ist auch ein großer Marketing-Effekt für Bitcoin, wenn man das mal so sagen kann. Ja. Und wenn dann 10% vielleicht sagen, oh, ich gucke mich mal das genauer an und ah, man kann ja Bitcoin auch selbst halten, man kann Bitcoin, wie du gesagt hast, auch selbst kaufen, also den richtigen Bitcoin-Wert, dann hat man ja bei Bitcoin schon was gewonnen. Und da sehe ich zum Beispiel den Punkt, dass möglicherweise da eben so die nächste Welle kommt und dann bleiben wieder ein paar hängen, die wiederum dann hingehen und sagen, oh, ich halte es vielleicht selbst. Also so sehe ich das zum Beispiel jetzt. Ja, genauso sehe ich es halt auch, ne? Von den Obermaxis wird mir das vorgeworfen, ja? Aber ich bin, was dieses Thema angeht, halt, glaube ich, einfach auf der realistischen Seite unterwegs, ne? Ich werde massiv immer dafür kritisiert, dass ich sage, naja, in der Bison-App kannst du Bitcoin kaufen, ja? Und die kannst du auch treuerlerisch verwahren lassen, ja? Skandal! Ja? Aufschrei, Skandal, wie kann das sein? Das kann man doch nicht machen und so, ja? Doch, kann man total gut machen, ja? Und jeder Mensch, der sich bei uns bei der Bison-App irgendwie onboardet, seinen KYC-Prozess. Skandal, ja? Wir sind ein reguliertes Finanzinstitut. Wir müssen KYC machen. Wir sind dazu gesetzlich verpflichtet. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es nicht oder ich mache mich strafbar. So, und wenn ihr mich fragt, ja? Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung. Andere Leute sehen das anders und das ist auch total okay, das anders zu sehen, ja? Aber meine persönliche Einstellung ist, wenn ich auch, wenn ich was dazu beitragen kann und das versuche ich halt jeden Tag, die Bitcoin-Adoption voranzutreiben, auch mit der Krücke, ja? Dass es vielleicht erst mal teuernerische Verwahrung ist, ja? Ist das völlig fein für mich, ja? Weil wir die Leute viel schneller da ranführen können. Und wenn du mit der Börse Stuttgart-Business machst, dann kannst du dir halt sicher sein, dass, da kannst du dir sicher sein, Manuel, jetzt benutze ich das sicher sein. Da kannst du dir sicher sein, dass nicht so ein FTX-Quatsch passiert. Ja? Da kannst du dir wirklich sicher sein, ja? Weil das, also das habe ich selbst gesehen, ja? Und wenn das so läuft, bin ich damit, bin ich dann völlig fein, glücklich, zufrieden, alles gut, ja? Du hast ja gerade schon mittelbar angesprochen, die Regulatorik. Dadurch, dass ihr eben durchreguliert seid, hat es angeklungen, dass es nicht nur Nachteile hat aus deiner Sicht, das ist ja auch so ein Aufeinanderprall in der beiden Welten. Die eine Seite sagt, Regulatorik brauchen wir nicht, das wird uns übergestülpt von dem klassischen Kapitalmarkt und den Regularien, dem er eben unterliegt. Und die andere Seite sagt, naja, wenn Bitcoin eben rauskommen soll aus dieser Nische, dann brauchen wir das Ganze. Dann müssen wir den Bitcoin-Markt irgendwie öffnen für eben diesen klassischen Markt. Du bist da wahrscheinlich eher dann auf der Pro-Regulatorik-Seite, oder? Es kommt darauf an. Halte ich es für sinnvoll, Unternehmen zu regulieren, die wie wir Kryptohandel betreiben und darauf zu achten, dass es eine vernünftige Segregation zwischen Kundengeldern und den Geldern des eigenen Hauses vorherrscht. Und das maximal hart zu überprüfen, ja, halte ich für total sinnvoll, ja, weil es den Investor schützt. Halte ich es für sinnvoll, Regulierung so zu machen, dass du zum Beispiel sagst, alles klar, wenn es eine teuerndöschliche Verwahrung ist, dann muss ich auch in der Lage sein, mir die Assets auszahlen zu lassen, ja, also ich rufe beim Bison an und sage, bei uns musst du ja nur rufen, bei uns machst das einfach über die App, ne, ich rufe da an und sage so, hey, ich will meine Bitcoin haben, ja, und dann schicken wir dir die, ja, beziehungsweise du kannst sie dir selber auszahlen, ja. Halte ich das für sinnvoll? Ja, halte ich für total sinnvoll. Das, womit ich hadere, im Moment sind die in der Mika, es gab ja in der Mika einen Vorstoß damals, Proof of Work, komplett zu verbieten, getrieben von den Grünen und von noch irgendwelchen anderen Individuen. Und das bedeutet halt, halte ich das für falsch? Ja, das halte ich für total falsch, das zu tun, weil Regulierung, und das sagen die Regulatoren von sich selbst immer, dass sie technologieneutral regulieren wollen, ja. Und diese Technologieneutralität im Rahmen der Mika-Regulierung sehe ich nicht an jeder Stelle. Das sehe ich kritisch, ja, weil ich da schon das Gefühl habe, dass eben nicht technologieneutral reguliert wird, sondern das exakte Gegenteil gemacht wird. Und das, was wir jetzt im Moment gerade sehen und in dieser Phase befinden wir uns gerade, ist, dass wir, ähm, äh, ist das wir quasi, äh, dass in der Mika ja das Verbot von Proof of Work rausgeflogen ist, ja. Ähm, das heißt, das ist nicht gekommen, aber in der Mika steht drin, dass die, ähm, ESMA, ähm, also die European Securities and Markets Association, ähm, und die EBA, die European Banking Authority, damit beauftragt werden, sogenannte Regulatory Technical Standards zu schreiben, ja. Und nach diesen Regulatory Technical Standards werden wir dann beispielsweise dazu verpflichtet, bestimmte Offenlegungspflichten zu erfüllen und, das steht dann noch nicht drin, aber das kommt dann irgendwann, ja, auch bestimmte Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen, ähm, und bei der Berechnung dieser Kompensationsmaßnahmen kommt es dann halt sehr, sehr stark darauf an, was gucke ich mir denn eigentlich an? Und wie bewerte ich das denn eigentlich? Und, ne, so. Und da gibt es natürlich eine, eine, eine Riesengefahr, die da aufkommt, ja, dass, wenn man politisch irgendwas totmachen möchte, hat man da natürlich einen total guten Hebel, ja. Das Ganze wird, und ich sag nicht, dass das so, ich sag nicht, dass das so ist, weil, wenn man sich andere Themen der, der Mika anguckt, finde ich es ehrlicherweise recht spannend, das zu sehen, weil sie sich in der Mika, ähm, regulatorisch total auf Wert referenzierende Token, ähm, gestürzt haben. Äh, das war so die Causa Libra, also der, der Stablecoin von Facebook, ja. Da haben sie sich total drauf gestürzt und haben gesagt, das ist irgendwie, das darf alles überhaupt gar nicht sein, ja. Ähm, weil sie immer gesagt haben, es ist wert referenziert, haben aber überhaupt nichts in diesem, in diesem Bereich in Richtung Bitcoin geschrieben. Was ich eigentlich ganz spannend finde, weil das, das ist quasi, das ist völlig okay. Alles in Bitcoin ist total in Ordnung. Und jetzt stehe ich so ein bisschen vor der Herausforderung, ja, äh, auch in meinem täglichen Doing, ja, dass einen, äh, dass die ganzen POS Coins, ja, die haben natürlich, die haben natürlich ein Marketingbudget und eine Lobby. Und das hat Bitcoin nicht. Und das ist, das ist halt echt ein Problem. Und, äh, sollte diesen, dieser Podcast irgendeinen Bitcoin-Whale hören, ja, der ein bisschen Kohle über hat, bitte einmal melden, ja, ich hätte da ihn. Ja, weil das ist halt wirklich ein Problem, ja. Du hast die, die, die meisten Leute, die irgendwie, die die Möglichkeit hätten, da wirklich was zu machen, ja, weil sie halt eben die Kohle haben, weil sie relativ früh drin waren und so weiter, weil dafür brauchst du schlicht Geld, ja. Und zwar nicht, um irgendwelche Leute zu bestechen, sondern einfach um vernünftige Aufklärung zu betreiben. Die sind meist so regulierungsavers, dass wenn du sagst, so, hey, lass uns doch mal was machen und wir müssen mit dem Parlament reden und so weiter, lässt du dich angucken und sich denken, ey, bist bekloppt, ja. Ähm, und das ist in der Tat eine, ähm, das ist in der Tat eine Herausforderung, die ich total, die ich sehr, sehr gerne lösen würde und ich versuche da auch alles in meiner Macht Stehende zu tun, aber da haben wir ein, da haben wir ein Problem. Also wenn ich jetzt mal wir, ne, wenn die da, die Bitcoin-Community in der Tat ein Problem, weil die Leute, die es lösen könnten, die sehen das Problem nicht. Die, die das Problem sehen, die waren zu spät drin und haben die Kohle nicht. Ähm, und das ist so ein bisschen, das ist die Herausforderung in dem Ganzen, ja. Was würdest du darauf antworten, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, sehe ich, Lobbyarbeit, okay, aber wir wollen doch eigentlich bei Bitcoin das Thema Staat so weit raushalten wie möglich. Wie passt das zusammen? Also den Gedanken habe ich, glaube ich, dass das jetzt gerade viele wahrscheinlich so im Kopf haben. Ja, it ain't gonna happen, den Staat draußen zu halten. Es wird nicht passieren. So, und wenn ich dann die ganzen Leute habe, die mir erzählen so, ja, aber das kann nicht konfisziert werden und ich habe meine Passphrase nicht und so weiter und so fort. Wenn der Staat will, dann packt er dich in Beugehaft. Also jetzt mal so, ne, ganz extrem gesprochen. Dann packt er dich in Beugehaft und nach spätestens einem Jahr fällt dir deine Seedphrase wieder ein. Da bin ich sicher. Ja. Und dieses, also, es gibt manchmal in der Bitcoin-Community so ein so ein verklärter Gedanke, was dann alles nicht passieren kann, ja, oder es kann mir nicht geklaut werden. Ja, stell dir vor, da klingeln irgendwie zwei freundliche Leute irgendwie an deiner Tür, weil sie irgendwie rausgefunden haben, irgendwie, du bist ein Bitcoiner der ersten Stunde und hauen dir so lange deine Finger kaputt, bis du denen deine Bitbox aushändigst und sagst, okay, so und so und so ist die Passphrase. Und das verstehe ich immer nicht, ja. Es gibt dann so ein, es gibt so ein verklärtes Bild von Sicherheit oder das kann nicht passieren oder so. Natürlich kann das passieren. Es sei denn, deine OPSEC ist so gut, dass du faktisch nie, nirgendwo überhaupt gar nie auftauchst, ja, nie auf irgendeinem Meetup warst, in keinen Telegram-Kanälen unterwegs warst und irgendwie gesagt hast so, hey, ich interessiere mich dafür. Das schaffen vielleicht die richtig krassen Cypherpunks, aber wir alle schon mal nicht. Ja, da versuchen wir auch immer ein bisschen Bewusstsein für zu schaffen, dass der Staat, wenn man so möchte, der Staat ist ja immer irgendwo der Endgegner bei diesen ganzen Sachen, dass er schon Mittel und Wege hat, da gehörig Druck aufzubauen und auszuüben. Und da weiß ich manchmal nicht, ob da das Bewusstsein so vorhanden ist, wie du es angesprochen hast mit der Beugehaft zum Beispiel, wie resistent bleibt man, wenn man dann, ja, eben weggesperrt ist oder so. Also das sind schon Hebel, die da angesetzt werden können, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen wollen, dass es in so eine Dystopie reinlaufen wird. Ja, aber das, also ich gehe da von euch aus, ne? Aber das Interessante ist halt, glaube ich, nicht. Also ich denke schon, man muss die Sachen halt von ganz vorne bis ganz hinten durchdenken. Ja, Gold war auch mal verboten. Ähm, ja, man muss halt von ganz vorne bis ganz hinten einmal durchdenken, was da passiert und nicht irgendwie an der Hälfte irgendwie stehen bleiben. Und was ich doch viel cooler fände, und wie gesagt, da arbeite ich auch aktiv dran, ähm, und es sollte da bald auch News, äh, aus dem Hörhause, äh, Börse Stuttgart Digital geben, über die ich gerade noch nicht sprechen darf, ähm, die ich, äh, die ich super spannend finde, ähm, weil das halt, weil das halt genau, ja, weil es halt in genau die richtige Richtung geht, ja, lange und hart für gekämpft, ja, gestern Abend entschieden worden. Das ist cool, das sind die Sachen, die wir machen müssen, ja, weil das, das Beste, was doch passieren könnte, wäre, dass man den, den Mehrwert von diesem System, der, der Menschheit so gut aufzeigt, dass die Politik, weil die ja auch gewählt, also Politiker müssen ja auch gewählt werden von irgendwem, ne, ähm, dass die halt selber gar keine Chance mehr dazu haben, irgendwelche Sachen zu sagen, die schlicht nicht stimmen. Und übrigens, ich bin, ich bin halt auch richtig anstrengend, ne, ich, äh, wenn wir hier unten, äh, Straßenfest haben, ja, dann gehe ich zu diesen Straßenfestständen hin, ne, kennt ihr ja bestimmt, ne, wo dann diese Probleme so, äh, keine Ahnung, da steht dann irgendwie so komischer, so ein Sonnenschirm, ja, und dann verteilen sie irgendwie ihre, äh, äh, Kugelschreiberchen und, äh, Süßlis und so weiter und so fort, ja. Ich, ähm, äh, lauf dahin, ähm, ich hab hier so ein, das liegt hier immer bei mir rum, ne, also, von Ilioma Mangold die orangische Pillepack. Und dann nehme ich mir die Bücher, ne, so, von deinem Arm, ja, und gehe dahin und sag so, ey, haben sie schon mal was über Bitcoin gehört? Und dann kommt, ja, schlecht für die Umweltsteuer in der Erziehung, da sag ich, äh, und übrigens, ich hätte hier mal was vorbereitet, hier haben sie ein Buch, könntest du mal lesen, schenke ich ihnen, ja, also, so gehe ich halt damit um, ja. Oder wir haben jetzt, äh, weiß nicht, kann man das, kann man das sehen? Aber wir haben jetzt bald, äh, Christopher Street Day bei uns, äh, hier auf der, auf der Straße, ja, der läuft hier direkt bei, da vorbei, wo ich wohne, ja. Da printe ich halt von meiner eigenen Kone irgendwie so, äh, so Sticker oder so, so Buttons, wo halt draufsteht, Bitcoin doesn't discriminate, ja, weil Bitcoin doesn't discriminate. Völlig egal, ob du schwul, lesbisch oder so was bist, doesn't discriminate, ja. Aber das sind halt Sachen, die mache ich halt, weil ich ich bin, ja, und nicht, weil ich das tun müsste, sondern weil ich es einfach für richtig erachte. Ja, du hast das gesagt, du bist einerseits ja auch beruflich in Kontakt mit den Politikern, aber natürlich jetzt auch privat, wie du auf der, auf der Straße gesagt hast. Wie sind denn die Rückmeldungen, wenn du dann wirklich sagst, du hast gemeint, jetzt klar, Klima, äh, Steuerhinterziehung, etc. Hast du aber auch die Rückmeldung bekommen, wenn sich jemand ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, dass plötzlich jemand sagt, Sven, das ist ja ganz interessant, lass uns mal drüber unterhalten. Äh, boah, ja, aber wirklich, und immer wenn ich das sage, ist das lustig, äh, das ist echt eine haarige Angelegenheit, ne. Ähm, also da ist, ähm, das schwierig, ja, ähm, weil es wirklich viel, viel Beschäftigung damit vorhersetzt und die Leute halt noch viel zu wenig gefragt werden, ja. Also meine, ähm, meine Traumvorstellung wäre halt immer, dass auch in diesen ganzen Communities, na 21 und so weiter, ja, jedes Mal, wenn irgendwo, wenn irgendwo straßenfest ist, färmt aus, ja, nehmt euch mit, da reichen fünf Leute, ja, nehmt, geht mit fünf Leuten über dieses Straßenfest, spricht den Politiker an und sagt, hey, haben schon was von Bitcoin gehört, dann wird er sagen, ja, alles schlecht. Und dann sagt man, naja, vielleicht, aber man könnte mal drüber nachdenken, dass die erste nationale Sicherheitsanalyse des Bundesministeriums für Finanzen explizit gesagt hat, wenn du Geldwäsche machen willst, dann nimm am besten Bargeld, ja, und auf gar keinen Fall irgendwas mit Krypto, weil das lässt sich total gut nachvollziehen, ja. Man sollte dann vielleicht nicht, ähm, alle unterschiedlichen Möglichkeiten erwähnen, die es da so gibt, ja, ne. Ähm, auch mit irgendwelchen Peer-to-Peer-Handelsplattformen, aber einfach mit denen, äh, man muss einfach mit den Jungs ins Gespräch gehen, ja. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Wichtige und nicht auf einer Steuern-Sinn-Raub-Ebene, weil wenn du sagst, guten Tag, Steuern-Sinn-Raub und das bei einem Politiker, das kann man machen, führt nur, glaube ich, nicht zum gewünschten Ziel. Was sind denn aber die Punkte, wo du sagen würdest, hören Sie bitte mir mal zu, Bitcoin kann das und das tun und deswegen, deshalb wäre es interessant, Sie sich damit beschäftigen, weil für viele Bitcoin ist ja dieses Thema, was will denn der Staat von Bitcoin, weil Bitcoin ist ja genau das, Trennung von Staat und Geld, was will ja der Staat da drin, also das sehe ich jetzt gerade die Frage. Ja, 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 absolut. Man muss das total persönlich an der nächsten Stimme, ähm, äh, an der nächsten Stimme festmachen. Ähm, du, also das Gespräch läuft wie folgt, irgendwie, hallo, guten Tag, schön, dass Sie da sind, irgendwie, ich finde es super, dass Sie irgendwie hier den Staat voranbringen wollen und deshalb hier dann auch an einem Samstag stehen, Sie haben ja bestimmt irgendwie beruflich auch was anderes zu tun, ja, ne, aber es ist ja auch immer schön und dann kommt man hier mit den Bürgern in Kontakt und so und dann sage ich, ja, genau, Bürger in Kontakt, das ist ein gutes Stichwort, ähm, wissen Sie, ich bin großer Bitcoin-Fan und meine nächste Wahlentscheidung wird zu 100% davon abhängen, wie der Stance des jeweiligen Politikers zum Thema Bitcoin ist, ja, Sie kriegen meine Stimme dann, wenn Sie Bitcoin positiv unterstützen, wenn nicht, bekommen Sie meine Stimme nicht, ja, denn das ist das, was dir interessiert. Dir interessiert werde ich gewählt. Und bekomme ich eine Stimme, ja, das ist das Druckmittel. Ja, aber jetzt mal, aber mal ernsthaft gesagt, wir sind, keine Ahnung, Roman als YouTuber hat 100.000 Bitcoin, hat Follower, ungefähr 100.000. Interessiert ist ein Politiker von dieser kleinen, 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 kleinen Minimasse derzeit, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist, das ist richtig, ja, ähm, das funktioniert, das funktioniert im Moment auf, auf Massenebene noch nicht so gut, aber, und jetzt sind wir wieder bei unserer Wahlthematik, äh, ne, also Bitcoin-Wale-Thematik von vorhin, ja. Wenn sich die Community besser organisieren würde, was ich auch schon ein paar Mal versucht habe anzuschieben, aber leider damit bislang gescheitert bin, ja, ähm, wenn sich die besser, wenn sich die besser, ähm, organisieren würde, dann könnte man auch mit kleiner Zahl einen viel größeren Impact machen. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Ähm, es ist bald wieder Bundestagswahl. Jeder potenzielle Bundestagswahl, ähm, Berechtigte hat ein, äh, hat ein Büro. Das kann man finden, ja. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, eine Webseite zu bauen, worüber ich eine E-Mail in unterschiedlichen vorgeschriebenen Varianten an die jeweiligen Bundestagsabgeordneten automatisiert schicke, ja. Das heißt, da gehst du dann hin und sagst so, wer bist denn du eigentlich? Ja, ich bin Jonas, schieß mich tot, schreibst deine E-Mail-Adresse da rein, dann gibst du deine Postleitzahl ein und dann erkennt das System automatisch, wer die für dich potenziell relevanten, ähm, äh, relevanten Menschen sind, die in den Bundestag einziehen könnten. Dann drückst du auf Absenden und in dieser Mail steht dann drin, entweder du formulierst die oder es gibt halt irgendwie 15, 20, 35 unterschiedliche vorformulierte E-Mail-Texte, wo genau das drinsteht, was ich gerade gesagt habe, ne, sehr geehrter Herr, bla bla bla, ne, meine nächste Wahlentscheidung wird davon abhängen, ob und so weiter und so fort, rhabarber, rhabarber, ja. Das beantworten die nicht dann, wenn es einmal kommt, wird, aber wenn es von 15 unterschiedlichen Leuten kommt, dann wird es, dann wird es beantwortet werden, ja. Und meine, meine, meine Utopie der Zukunft ist, dass irgendwann, und ich zähle die jetzt extra genau so auf, wie ich sie aufzähle, ja, dass die reichweitenstarken Kryptomedien, wie beispielsweise BTC Echo und auch alle anderen da draußen, die halt auch Hardcore nur Bitcoin sind, alle zusammenkommen und eine gemeinschaftliche Aktion in diese Richtung starten. Denn dann findest du Gehör. Problem ist halt nur, kriegst du nix für, muss sich einer drum kümmern, verdient kein Geld, deshalb brauchst du eine Wahl. Also auf mich wirkt es ehrlicherweise ein bisschen so, als würde dieses ganze Bitcoin-Thema für Politiker einfach etwas lästig wirken. Also entweder es wird nicht ernst genommen, es ist gar nicht präsent oder eben lästig. Glaubst du, dass jetzt der ETF, der von BlackRock jetzt geplant ist, dazu führt, dass da ein Umdenken stattfindet, dass sie vielleicht sagen, okay, bisher habe ich mich nur oberflächlich damit befasst, kriminelles Internetgeld, schlecht fürs Klima, Ozeane kochen, was auch immer. Und jetzt ist BlackRock da und das führt möglicherweise dazu, dass sich vielleicht der ein oder andere Politiker hinterfragt und sagt, Moment, wenn jetzt der größte Vermögensverwalter der Welt ankündigt, er will ein ETF rausbringen, mit genau diesem Zeug, das ja so furchtbar sein soll, muss ich mich da neu mit befassen? Oder glaubst du, es wird einfach hingenommen oder geht genauso dran vorbei wie bisher auch? Ja, die Frage ist, was wir uns wünschen sollten. Also sollten wir uns wünschen, dass das Verständnis besser wird? Also generell wäre es meiner Auffassung nach wünschenswert, wenn die Politik verstehen würde, was es mit Bitcoin auf sich hat, was Bitcoin bewirken kann. Alles das, was ich jetzt sagen könnte, würde zu weit gehen, deshalb würde ich da einfach, da würde ich, da würde ich das Thema voranschreiten lassen wollen. Ist okay. Sonst werden wir die Ohren lang gezogen, ja. Okay, nächste Frage, weil du es angesprochen hast, das Proof-of-Work-Verbot, das ja mal Thema war. Was immer noch Thema ist, ja, das heißt nur anders. Okay. Das ist ein mittelbares Proof-of-Work-Verbot, ja, und das ärgert mich auch, also das ärgert mich wirklich, ja, dass die ganzen, oder dass viele, nicht die ganzen, viele, ja, Ausnahmen bestätigen ja die Regel, dass viele das so feiern, so yeah, Proof-of-Work-Verbot, irgendwie gibt es nicht mehr. Ja, das heißt nur anders, ja. Ja, der Goldstandard, oder die, die Convertibility vom US-Dollar in Richtung Gold ist seit 1971 auch nur temporär aufgehoben. Das ist halt ein sehr langer temporärer Zeitraum, ja, aber dieses Proof-of-Work-Verbot, zumindest mittelbar, das schwebt immer noch wie so ein Damoklesschwert über unseren Kopf. Welche Auswirkungen hätte dieses Verbot, oder hat dieses Verbot, je nachdem wie man es sieht, derzeit auch auf Europa und Deutschland? Das ist eine total spannende Frage, äh, ehrlicherweise, ähm, weil ich, weil ich glaube, die muss man viel, ich glaube, man muss sie mehrschichtig sehen, ja, die Frage, ich gehe erst mal auf den End-User, ja, ähm, was macht das im ersten Schritt mit dem End-User in Europa? Ich glaube, nischt, ja, weil, wenn Europa so eine Entscheidung treffen würde, dann würden im Zweifel die Amerikaner sich totlachen und würden sagen, so, ey, cool, ihr habt mit Mika eigentlich was total Fortschritt, ihr seid, ihr seid bei irgendwas mal wirklich weit vorne und jetzt nehmt ihr so eine richtig fette Schrotflinte und schießt euch selbst ins Knie, ja, die würden, die würden wahrscheinlich, die würden wahrscheinlich einen Dankesbrief irgendwo hinschreiben, als Europäische Parlament, ähm, und die Asiaten genauso, ja, also für den Endkonsumenten würde sich da erstmal überhaupt nichts verändern. Ähm, auf einer, auf einer Firmenebene, ja, also jetzt für die Börse Stuttgart Digital, ähm, da betrachte ich das schon mit, äh, mit einer gewissen Portion Skepsis. Natürlich kann ich im Moment gerade, oder, oder, Angst wäre vielleicht zu viel, aber doch sehr großem Respekt, ja, denn wenn es jetzt dazu käme, zum Beispiel, dass in Europa irgendwie Proof of Work anders besteuert werden würde, man irgendwelche Abgaben zahlen müsste, wie gesagt, das ist alles noch nicht beschlossen, das ist alles noch nicht besprochen und so, das kommt jetzt erst alles, aber wichtig ist ja, sich Gedanken zu machen, bevor irgendwas passiert, dann würde das natürlich schon dazu führen, dass eine strategische Wettbewerbspositionierung in Europa schlechter ist als irgendwo anders, und dann müsste ich mir rein theoretisch als europäischer Gesetzgeber mal die Frage stellen, ob ich das denn eigentlich möchte, ja, weil dann würde ich die Europäer zwingen, in schlechter regulierte, ähm, Jurisdiktionen auszuweichen, ja, die das nämlich nicht haben, und damit schieße ich mir dann nochmal wieder ins Klingel. Ja, also ich erreiche quasi zweimal Schlechtes, und davor, das macht alles total kein, das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber davor habe ich schon Angst, dass wir solche, also dass Europa solche Entscheidungen trifft, denn Europa ist halt sehr saturiert, und saturierte, saturierte Situationen führen nicht immer zu den besten Ergebnissen. Wenn wir schon bei Angst oder Sorge sind, du hast ja vorhin angesprochen, dass es ja möglicherweise Paper-Bitcoin geben könnte, also nur diesen Auszahlungsanspruch, ich habe noch ein bisschen eine andere Sorge, da würde mich deine Meinung zu interessieren, und zwar hat BlackRock ja in dem Antrag sinngemäß geschrieben, wir können im Fall eines Forks entscheiden, was jetzt der Bitcoin ist, der relevant ist für unsere Anleger, für unseren ETF. BlackRock ist riesig, ESG ist im Endeffekt in der Finanzwelt allgegenwärtig, und Greenpeace wettert ordentlich gegen Bitcoin. Glaubst du, dass es möglich sein könnte, dass BlackRock sagt, okay, liebe Leute, wir haben jetzt zwar angefangen hier mit dem originären Bitcoin, so wie wir ihn kennen, wie wir ihn gutheißen, und BlackRock dann aber aufgrund des Drucks von Greenpeace und den ESG-Kriterien, die BlackRock ja auch befürwortet, dann sagt, hm, uns ist aufgefallen, das verbraucht ja einiges an Strom, und dann kommt die ganze Leier, die wir alle auswendig kennen, und dann eben sagt, wir investieren jetzt nicht mehr in diese Version, sondern in irgendeine Proof-of-Stake-Version. Also die Wahrscheinlichkeit, dass BlackRock allein nicht die Macht hat, Bitcoin zu forken, und du gehst da drauf, glaube ich nicht. Also technisch natürlich möglich, aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich für extrem gering ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass viele aus Nichtwissen, viele der vermögensverwaltenden Unternehmen oder auch derjenigen, die halt viel Geld investieren, ja, dass die halt zumindest eine Allokation noch in eine andere Token wie beispielsweise ETH oder irgendwas anderes machen, ja, die schätze ich viel höher ein, ja, dass sie halt sagen, okay, ja, ist klar, dann allokieren wir jetzt irgendwie x Prozent in Bitcoin und y Prozent irgendwo anders rein, ja, dass immer dann, wenn irgendeine Presseanfrage kommt, ich immer sagen kann, naja, ich hab ja irgendwie was hier und ich hab was da und so, ja, wenn du, und ich meine, ich führe diese Gespräche ja jeden Tag, ja, also ich habe jeden Tag diese Gespräche, ja, und die laufen immer gleich, ja, du hast halt die Leute, die halt wirklich eine Ahnung von dem Thema haben, die sich lange damit beschäftigen, ja, für die ist die Wahl sozusagen des besten in Cryptoassets relativ schnell klar, ja, aber die haben halt interne Prozesse, durch die sie durch müssen, dann haben sie ganz viele andere Leute, die es nicht verstehen und so, ja, und dann machen sie halt genau das Gleiche, was ich auch den ganzen Tag mache, ja, man geht halt einen Kompromiss ein, ja, und man sagt halt, okay, um das zu können, muss ich den Kompromiss, wie auch der Kompromiss dann aussieht, ja, irgendwie eingehen, ja, um das, das Ziel sozusagen zu erreichen. Ähm, ich hab das mal für mich in, äh, ich hab das für mich mal so formuliert, dass ich gesagt hab, irgendwie, Bitcoin is a conviction and everything else is a trade, ja, weil mich da auch, da hat mich auch irgendein Bitcoiner irgendwie auseinandergenommen, weil ich halt gesagt hab, ja, ich hab irgendwie eine Allokation in einem anderen Kryptowert und das ist genauso, so wie wenn ich auf einer, wie wenn ich auf einer, auf einer Börse unterwegs bin, ja, und ich bin Veganer, aber handel Schweinehälften. Naja, wenn halt, ne, wenn, ich hab halt Angebot und Nachfrage, dazwischen bildet sich ein Preis, ähm, und auch da ist auch wieder so ein Thema, wofür ich die Bitcoin-Community kritisieren würde, ja, bei allem auf der Welt ist irgendwie freier Handel und die Leute entscheiden sich selber für, was sie tun wollen und so, ist alles total okay, aber bei Kryptowährung, da nicht, ja, da gelten ein anderer Markt, das ist, das ist was anderes, das ist ein anderes Universum, da gilt das alles nicht, ja, es ist ein freier Markt, lass den Markt bestimmen, was passiert. Also am Ende wird's genau herauskommen, also wenn Bitcoin so gut ist und diese Eigenschaften besitzt, wie es besitzen sollte oder wie man das ja auch gerne sagt und wie wir das ja auch immer beschreiben, dann bin ich voll bei dir, dass es irgendwann sich sowieso durchsetzen wird und dann würdest du zeigen, okay, Bitcoin hat eben Eigenschaften X und das werden die Menschen auch in Großteil erkennen, dann denke ich mal. Ja, es kommt ja einfach drauf an, also ich glaube, wenn man diskutiert, Bitcoin, Krypto und so weiter und so fort, ich bin nebenbei bei vielen Stellen näher an Gary Gensler als die meisten wohl für möglich halten würden, ja, ich glaube oder ich halte die Einschätzung von einem Gensler, ne, dass er sagt, okay, Bitcoin ist ein Commodity, ja, und ganz viele andere Sachen sind eigentlich versteckte Securities, dem kann ich schon was abgewinnen, ja, was aber nicht bedeutet, dass die versteckten Securities von einer Wertentwicklung, wenn es mir nur um den reinen Fiat-Gegenwert angeht, dem Commodity Bitcoin, dass die schlechter sein müssen. Das bedeutet das noch lange nicht. Die Frage ist, auf welche Zeit, auf welche Sichtweise, was möchte ich denn eigentlich machen? Möchte ich eine Alternative zu einem Geldsystem schaffen oder möchte ich nur auf meiner Plattform einen Token haben, mit dem ich meine Produkte irgendwie verknüpfe, ja? Das sind einfach andere Sachen. Nur diese Diskussionstiefe, die kannst du ja in Deutschland mit, ich weiß nicht, hast du ja vielleicht irgendwie 4.000, 5.000, ja, okay, naja, okay, wenn du sagst, Blocktrainer hat 100, ja, dann kannst du die vielleicht irgendwie mit 150.000 Leuten, kannst du überhaupt in diese Tiefe der Diskussion einsteigen, bei allen anderen hört es ja weit vorher auf. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken und nochmal auf die Lernkurve zu sprechen kommen, die wir vorhin angesprochen haben, wie würdest du die Verteilung der Bitcoiner, also nicht nur der Maxis, die du jetzt angesprochen hast, sondern alle Leute, die irgendwie in Bitcoin investiert sind, wie würdest du da die Verteilung jetzt einschätzen, hinsichtlich Selbstverwahrung und Fremdverwahrung und möglicherweise nochmal eins weiter weg durch so ein ETF. Also jetzt gerade im Vergleich zu, ich sag mal, in fünf Jahren. Das ist tricky. Ja, das ist deshalb tricky, weil ich müsste dann ja jetzt quasi, redest du Anzahl Menschen oder Anzahl Bitcoin in, oder Anzahl Bitcoin? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also die Frage hatte ich im Kopf bezüglich der Menschen, aber Anzahl Bitcoin finde ich genauso interessant. Ja, das ist super, wundervoll, gut gemacht, Hildebrand. Doppeldoof, ja. So, lass mal mit Anzahl Bitcoin anfangen. Ich würde glauben, Anzahl Bitcoin jetzt vielleicht 50-50, also vielleicht in Selbstverwahrung sogar noch mehr als 50-50. Menschen würde ich sagen, vielleicht fünf bis zehn Prozent Selbstverwahrung, das andere Custodial. In fünf Jahren würde ich sagen, selbstverwahrte Menschen ein bis zwei Prozent und 98 Prozent oder noch mehr Custodial. Und was die Gesamtmenge an Bitcoin angeht, vielleicht 30, eigenverwahrt 70 fremd. Und siehst du irgendeine Chance, was heißt Chance, irgendeine Möglichkeit oder ein Event, wo das vielleicht dich irgendwie drehen könnte? Nein. Also auch unabhängig von, keine Ahnung, Bildung. Klar, Bildung ist wahrscheinlich viel zu schwer, so eine große Reichweite zu schaffen. Beispiel sowas wie FTX, dass sowas mit Blackrock passiert, dass die Menschen das für ein bisschen aufwachen, dass sie merken, okay, da gibt es einen Fehler dabei, dass sowas passieren könnte und dass das so ein bisschen ein Event sein könnte, dass irgendwas sich dreht? Nein. Also im Endeffekt, wenn wir immer sagen, Bildung, 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 ist das letztlich ein Tropfen auf den heißen Stein, meinst du? Und das sind andere Gründe, die darüber entscheiden. Ja, am Ende des Tages ist menschliche Faulheit. Also du müsstest, du müsstest am Menschen selbst ansetzen und das glaube ich, also ich glaube, der Mensch per se, und da schließe ich mich ein, ja, ist per se erstmal, ähm, Faul klingt so hart, ja. Bequem. Wie bitte? Bequem. Ja, genau, bequem, genau, bequem, ja, bequem, ja. Und das ist, das ist ganz witzig, weil jetzt, jetzt fängt es da, jetzt fängt es an interessant zu werden, jetzt muss man eigentlich gleich die Flasche Rotwein aufmachen, weil, ja, ja, weil jetzt, jetzt fängt es halt an, so schön philosophisch zu werden, ähm, ich weiß halt gar nicht, also seitdem ich Bitcoin, glaube ich, so halbwegs verstehe, ja, jetzt bitte nicht in irgendwelchen technischen Hash-Geschichten unterwegs sein, so bin ich raus, ne, aber die, diese, diese grundlegende Idee, ja, und seitdem ich die, mich mehr beschäftigt habe mit, wie funktioniert eigentlich, wie funktioniert die Welt eigentlich, was macht ein IMF, wie funktioniert die Weltbank, ähm, wie funktioniert Zentralbank und so weiter und so fort, ich könnte jetzt nicht sagen, dass mein Leben glücklicher geworden ist dadurch, insgesamt, ja, also, ähm, die Frage ist halt, will ich überhaupt, ähm, will ich irgendwie verstehen, also diese ganzen Themen mit die orangene Pille und wo kommt das eigentlich her und es ist halt wie in der Matrix, es ist einfach so, ja, und auch, ich meine, man selber macht ja diesen Prozess auch durch und wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, es gibt ja diese Matrix-Szene mit dem Steak, wo er da, äh, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, ja, aber wo der da sitzt, ne, und ihm werden die zwei unterschiedlichen Sachen angeboten und, ne, ja, ey, ich weiß nicht, was ich jetzt, nachdem ich das, was ich weiß, ich wüsste nicht, welchen Weg ich gehen würde, ehrlich nicht, also, kommt immer drauf an, was für, irgendwie, wie wir tagsüber haben, aber ich könnte jetzt nicht aus vollem Herzen je, zu jeder Zeit sagen, yo, gib mir den Haferschleim, ja, ich weiß es nicht, ja, und das ist eigentlich, und das ist halt, das ist halt echt heftig, ja, das ist wirklich heftig. Ich stelle mir dann auch immer so vor, selbst wenn ich mich jetzt als, ich bin jetzt jemand, der Bitcoin komplett hinter Bitcoin steht, in diesem Ethos steht und ich höre diese Meldung von ETF von BlackRock, ich höre die Meldung, dass die Politik da etwas macht und ich stelle mich auf die Beine, ich dreh komplett durch, ich reg das tierisch auf und dann denke ich mir aber, du kannst es nicht verhindern, wenn Bitcoin eben groß wird und Bitcoin hat anscheinend ja Eigenschaften, die Menschen anzieht, wer soll es denn verhindern, dass nicht plötzlich auch BlackRock, die ja auch genauso Geld einfach in den Augen haben, die sagen, dass die plötzlich sagen, Bitcoin ist für uns nichts, damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist doch eigentlich für mich das Normalste dieser Welt, dass selbst die irgendwann kapieren, Bitcoin ist da, Bitcoin, da steckt Geld drin, die Menschen werden Bitcoin kaufen, also wollen wir unseren Anteil des Kuchens auch haben, also dass man das sowas überhaupt nicht aufhalten können, dass wir einfach damit leben müssen, dass das kommt? Also die Messe, die ist für mich gelesen, ich meine, ich arbeite bei einer regulierten und auch extra, also ich arbeite bei einer regulierten Börse, die den, die Dinge wie KYC etc. pp. halt einfach verpflichtet ist, ich kann da nicht raus, natürlich könnte ich mich jetzt auch entscheiden, irgendwie morgen in den Untergrund zu wechseln, dann bräuchte ich eine gut, da bräuchte ich bitte eine gut bezahlte Stelle, da müssen ich mir mal sagen, wo ich mich da bewerben kann, ja, so, aber die Frage ist halt, wie viel kann ich, wie viel kann ich damit beitragen, um die, wie viel kann ich beitragen, um das Richtige, ja, was jetzt jeder für sich selber irgendwie so als das Richtige irgendwie interpretiert, das Richtige zu tun, ja. Und da bietet mir, und das ist jetzt eine ganz persönliche Aussage in meine Richtung, da bietet mir halt die Börse Stuttgart das absolute Optimum aus dem Besten von allen Welten, ja, weil ich kann mit der ESMA sprechen, weil die Börse Stuttgart hinter mir hängt, ja, ich kann da anrufen und kann sagen, also, so läuft das jetzt nicht, ja, also da stellt man eine Formelanfrage und dann bekommt man Feedback und so weiter und so fort, ne, so, aber irgendwie, wenn Jonas und Manuel aus dem Podcast irgendwie da anrufen und sagen, so, ey, lass mal quatschen, ja, that ain't gonna happen, ja, wenn wir mit der Börse Stuttgart sagen, so, Leute, also, wir hätten irgendwie Gesprächsbedarf, wir würden gerne über die und die und die Themen mal sprechen, dann tun die das, ja, insofern bietet mir die Börse Stuttgart Digital und auch alles das, was, was damit zusammenhängt, schon einen für mich höchstmöglichen Wirkungsgrad, um das zu tun, was ich in Richtung Adoption für richtig halte, geht das mit Kompromissen einher, ja, na klar, passen mir die immer, nö, ist es trotzdem okay, unterm Strich, definitiv, ja, und ich glaube, so, also, für mich ist das irgendwie so der, so der richtige Weg, ich bin immer noch auf der Suche nach irgendwie, nach dieser Wahlthematik, wo man dann halt die ganzen Sachen machen kann, die ich eigentlich auch machen wollen würde, die ich aber nicht machen kann, weil mir die Kohle fehlt, ja, das wäre cool, ja, aber das, da bin ich halt auch auf der Suche, Wahl, bitte melde dich Du hast ja gerade gesagt, wenn wir da anrufen, wird sich niemand melden, ist natürlich in der Tat so, dass wir nicht dieses Renommee der Stuttgarter Börse haben, um da dann, ja, ernst genommen zu werden, sage ich mal. Was könnten wir, also nicht Jonas und ich, sondern wir stellvertretend als Bitcoin-Community denn machen, dass sich das ändert, also müssten wir uns einfach nur besser organisieren, wie du es vorher erzählt hast, dass man sieht, okay, wir sind groß, wir sind ein paar Leute, das sind nicht fünf, sechs Verrückte, sondern wirklich ein paar hunderttausend, ähm, ist es nur eine Organisationsproblematik oder was wäre da dein Ansatz? Es ist, es ist eine Geldproblematik, daraus resultiert Organisationsproblematik und dann braucht ihr halt, oder ihr, ne, also ich würde mich ja dazu zählen, ne. Kannst gern mitmachen. Hey, open to it, ja, ihr braucht halt, ihr braucht halt Menschen, die, die wissen, wie man, wie man es macht, ja, also wie man sich halt politisch bewegt und entsprechend ausdrückt, was man sagt, was man nicht sagt, ja, es gibt auch viele Dinge, die ich vielleicht denke, aber wo ich dann halt meine Klappe halte, ja, ich gehe schon deutlich weiter als viele, 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 viele andere da draußen, ja, also so ein Interview, wenn, wenn ich jetzt bei der, wenn ich jetzt bei der, äh, bei der irgendwie klassischen Bank sitzen würde, ja, da hätte ich wahrscheinlich so auch nicht sprechen können, ja, an der einen oder anderen Stelle, deshalb sitze ich auch nicht bei der klassischen Bank. So einfach ist das, ja, und das ist wirklich, also die, die, die Bitcoin-Community in Deutschland und in Europa könnte mit einem höheren Maß an interner Organisation, ähm, Kohle, die das möglich macht, um es zu tun, weil die brauchst du immer, ähm, und dem Sourcing von Leuten, die sich in politischer Kommunikation irgendwie auskennen, könnte die einen Impact haben, wo sich hinterher jeder denken würde, so, boah, krass, echt, das waren wir? Wow. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Weil gerade, ich sehe jetzt nämlich, ich weiß, dass die Community in Deutschland, auch gerade in Europa, ziemlich groß ist, im Verhältnis zu anderen Ländern, auf der anderen Seite haben wir aber gerade den Staat, der am meisten irgendwie reguliert, habe ich das Gefühl bei uns, die so ein bisschen dagegen schießen. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auch passiert? Ja, nee, das ist echt total geil. Die schießen überhaupt nicht dagegen. Okay. Sie schießen nicht dagegen, die als, als das Thema Regulierung von Kryptoverwagern irgendwie anging, ja, riesen Aufschrei in Europa, alle, ah, fürchterlich, ja, ich war der Einzige mit so einer kleinen, mit so einer kleinen Laterne, ne, ich war so der Einzige, der so im Regen stand, mit so einer kleinen Laterne und gesagt, das ist aber voll gut und alle so, boah, haben auf mich eingeprügelt, ja, ähm, so, aber. Wo entstehen die meisten Krypto-Jobs in Europa oder wo entstanden die zumindest jetzt kurz vor der, vor der großen, äh, kurz vor dem, vor dem großen Bärenmarkt und so, ja, die sind alle nach Deutschland gekommen, alle, weil sie nämlich alle gesagt haben, wir wollen den heavy-regulatesten Kram, weil wir nämlich nicht FDX Nr. 2 sein wollen. Und wenn du das Thema groß machen willst, dann funktioniert es immer nur darüber, wenn du nicht weiß, machst. Ja, dieses, dieses Trickel von unten nach oben, Grassroots-Prinzip und so, das dauert so lange, ja, viel cooler, das Grassroots-Prinzip zu haben, gleichzeitig oben anzusetzen und es dann beides miteinander ineinander zu führen. Das ist viel schneller. Ich kann mir vorstellen, dass das Problem da auch ist, dass man diese Zentralisierung nicht haben möchte. Und wenn man dann so zwei, drei Ikonen, sag ich mal, heraushebt aus der Masse und die dann platziert, in Talkshows setzt, äh, ja, mit Politikern eben sich austauschen lässt, wie auch immer. Also, wenn man jemand hat, der, wie du gesagt hast, weiß, wo man reden muss, mit wem und wie, ähm, dann ist das ja irgendwo nicht der Bitcoin-Ethos in Reinkultur, wenn man dann eben sagt, so, und der eine oder die eine Person, die ist jetzt das Bitcoin-Sprachrohr der deutschen Bitcoin-Community. Ja, ich glaube nicht, dass man, also, ich meine, Roman hat ja schon so einen gewissen Ruf in diese Richtung, ne? Ähm, ich, ich glaube aber ehrlicherweise nicht, dass das nur die, die, äh, das eine Sprachrohr sein muss. Das, was es halt braucht, ist ein, es braucht halt ein organisierte, ein organisierteres Vorgehen, ja? Ähm, was halt darüber hinausgeht, äh, hier zum Beispiel die, die Sachen, die Bitman macht, ne? Ähm, also der, das ist der, der immer die, äh, die Häuser irgendwie anstrahlt mit dem, mit dem Bitcoin-Logo und mit dem Lörde baut, ne? Geiler Typ, ja? Also, finde ich, äh, finde ich einfach eine super Geschichte, um da mehr Aufmerksamkeit auf das Thema drauf zu bringen, ja? Natürlich macht er das auch mit, mit Gedanken dahinter, ja? Ist mir egal, ja? Weil ich habe ein Bitcoin-Logo irgendwo groß drauf projiziert, das ist Aufmerksamkeit stark, super, ja? Ähm, man braucht eine, man braucht ein koordiniertes Vorgehen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ja? Du brauchst die, die das organisieren, wie spreche ich mit meinem Lokalpolitiker? Dann brauchst du die, die das organisieren, wie mache ich es mit dem Bundestag? Dann brauchst du Leute, die sagen, alles klar, was macht ein Florian Tonka eigentlich? Was haben wir mit, äh, mit dem Schäffler, ja? Gute Leute. Aber die muss ich halt besser, äh, innerparteilich vernetzen. Das sind andere Menschen. Wen setzen wir, wen setzen wir vielleicht auch in irgendeine Talkshow rein? Und wen vielleicht auch lieber nicht, ja? Die Liste ist lang. Von denen, die vielleicht lieber nicht, ja? Nicht, weil die das Herz nicht am rechten Fleck hätten. Nicht, weil das keine super, ultra, hardcore Bitcoiner sind. Aber weil sie halt damit vielleicht mehr kaputt machen, als dass es gut ist für das, wo man am Ende des Tages hin will. Ich glaube, man könnte mit, äh, und Jonas, du hattest ja gefragt, was braucht's, ne? Es braucht ein Telefon, es braucht ein Telefonanruf von einem Typen, der sagt so, Mama, ja, habt ihr Kohle für X? Und das ist, das ist alles das, was es braucht. Und da kannst du, da kannst du die Welt verändern. Ja, da würde ich vielleicht die Abschlussfrage stellen, weil wir jetzt schon über der Stunde sind. Was ist denn deine Traumvorstellung, sagen wir mal, fünf Jahre nach vorne geblickt? Wie würdest du das denn gerne sehen? Thema Regulatorik, Politik, das, was wir jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hatten, zusammengefasst. In fünf Jahren hat die Europäische Kommission ein Programm aufgelegt, um den Ausbau von Bitcoin-Mining in Europa als Abnehmer von Stromspitzen massiv zu subventionieren? Hat gleichzeitig die Subventionen für Kohlekraftwerke etc. pp. nach unten gesenkt und oder abgeschafft? Hat gleichzeitig die Einspeisevergütung für Solarstrom, der nicht verbraucht werden kann, auch abgeschafft? Jetzt sag ich mal was richtig geil Kontroverses. Ja? Hat Bitcoin-Mining aus nicht regenerativen Energien verboten? Ist total unintuitiv, macht aber voll Sinn, weil stellt euch mal vor, das wäre so, dann ist jegliches Argument, das ist aber total umweltfeindlich, ist weg. Ja? Würde es von heute auf morgen nicht mehr geben. Und das Geile ist, natürlich würde die Hashrate einbrechen, obwohl in Europa meint eigentlich, meint sowieso relativ wenige. Ja? Aber wenn man mal weiter hoch geht, das ist ja schon alles erneuerbar. Es ist schon alles erneuerbar. Norwegen etc. pp. machen alle erneuerbare Energie. Da ist nichts mehr, was irgendwie mit nicht erneuerbaren Energien unterwegs ist. Immer mehr Politiker machen gesundes Geld zu Bestandteilen ihrer Wahlprogramme. Also zu integralen Bestandteilen ihrer Wahlprogramme. Und wir haben es geschafft, uns nicht selbst ins Knie zu schießen und fünf Jahre stehen zu bleiben, damit Amerika wieder an uns vorbeiziehen kann. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein perfekter Abschlusswort. Und ich glaube, wir haben jetzt echt viel besprochen. Mit dir kann man, glaube ich, noch drei Stunden länger sprechen. Es waren richtig tolle Sachen dabei, interessante Gedankengänge, die wir, glaube ich, sonst nicht so häufig hören. Und deswegen will ich sagen, Sven, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, war wirklich spannend, meine spannende Folge und spannend, deinen Gedanken mal nachzuverfolgen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und immer wieder gerne. Wir sehen uns ja auch in allen möglichen Formen. Genau. Immer mal wieder und in unterschiedlichen Ländern. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Wirklich interessante Gedankenanstöße mitgegeben. Und für alle, die jetzt doch der Wahl sind, die dann doch mal sagen, den Sven möchte ich unterstützen, deine Kontaktdaten werden natürlich unten verlinken, wenn sie sich über die melden möchten. Jetzt wissen sie, woran sie sind auf jeden Fall. Klar. Sehr schön. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag und bis bald. Alrighty, bis dann. Ciao. Ciao.